Ich will da weg. Ich schaff's nur, weil ich nicht so gut bin. Schade. Ah ok, mit dem rechten Stick. Haha. Ich versuch jetzt zu schummeln. Das ist was ich vorher meinte, aber das sieht nicht gut aus. Ja. Ist egal. Aber muss ich wahrscheinlich auch nicht. Erreicht das? Nöööööö. Vor allem jetzt ist er mal umgeflogen. Ich wollte mich grad beschwören, dass er noch gar nicht umgeflogen ist. es liegt und deswegen schauen wir uns diese wunderschönen tür wieder einmal etwas leben irgendwo aber gut weiter geht es was ihr kennt kann ich auch nur mache ich es nicht weil es gibt mir auch schein mann der gibt mir hier vor die combo was ist los mit dem noch mal nicht genügt worden so schön ich wusste es Okay. Ähm. Äh. Ach das sind wieder diese Quarktünzer. Ich hasse sie. Naja kommt. Naja kommt. Werte Wechsel von euren Freunden lässt ihr lieber seitdem nicht. Naja. Naja kommt. Okay. Funktioniert mit der Wache doch besser als gedacht. Einfach nur weil sie mehr Schaden macht. Warten. Au. Au. Das fällt euch ein. Äh. Ist gut. Warte. Ja. 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 Schau mir mal. Ich weiß halt. Ich seh halt leider auch nicht nach hinten gerade ob da nicht irgendwie wieder irgendwas was mich feuert. Auch nicht. Vielleicht hier noch ein bisschen Leben hier. Schau mir ist das ganze wieder angeschaut. Ja ja. Macht ihr nur. Schön dass die Kamera da immer so nach hinten geht damit ich noch weniger sehe als sie sowieso schon fliegt. Na los. Irgendwie haben die gar nicht wirklich die Feuer drüben. Ich muss nur so vor. Oh das zieht das Stück hier steht. Waffe. Waffe. Jetzt fallen sie auf sich gegenseitig. Das ist ja. Wunderbar. Alter. Das war gekocht. Weiter geht's. Buff. Spiel Fußball. Hier fällt man ganz schön hochgrund. Ach. Hier kommen Gegner. Vielleicht. Ziehen wir es. Ah. Der Golem. Das ist nicht neu. Sie sind größer? Sie sind größer? Ich komme vielleicht zuvor aber nö. Ich komme wegen der Umgebung vielleicht zuvor aber nö. Ich habe schon verstanden. Aber ich würde sagen nö. Oh oh. Need someone to ease that tension? You're not helping. Look at these. Fat of you Freaks. I wish they've never been born. That's a serious use to me. Whatever Decadus. Auf so einen Grund. Wow. Ich habe jetzt echt noch lange den Zustand in gehabt. Bevor es schon leer war. Wunderschön. Oh. Oh. Der hat dann verdient. Ich habe nicht aufgefallen. Jedes Mal. Okay. Alright. Let's go. Was fehlt? Was fehlt noch? Servos und Ligas. Noch hätten wir alle gehabt. Mike. Dünlich. Die wunderschöne Gräten. Ich werde bald noch ein Baden geholfen. Was sagst du Zee? Willst du mich anschliessen? Vielleicht von der nächste Mal. Hm. Schön. Achso. Wow. Wie unglaublich. Damit habe ich nicht gehört. Aber ich habe alle drei geschrieben. Das macht mich sehr glücklich. Sehr. Ja, sehr. Schön machst du das. Ich weiß. Ich habe es geübt. Jahrelanges drehen. Für den perfekten Gegner. Nur um ihn heute an diesem Abend zu bringen. Oh hell yes. Das sind echt viele Waffen. Aber ich habe kein Geld. Dies macht mich so raubig. Die sind neu. Die sind... Was ist größer? Ja. Ja. Tut mir leid. Doch. Ja. Diese Größe trage ich leider nicht. Ähm. Ja gut. Was soll ich jetzt machen? Ich mache glaube ich erstmal die Chakrams fertig. Wenn ich Geld habe. Nein, habe ich nicht. Schade. Dann kaufen wir... Nichts. Aber davon sehr viel. Danke. Wieso? Ich will nicht, dass ihr mir zuguckt. Beim Spielen. Oh Moment. Ich habe Geld. Aber ich kann nichts machen. Also weiter. Ja. Wieder ein Tutorial für Luftkampf. Das bringt mir nichts. Im Moment glaube ich vielleicht. Also mit dem Drachen an sich zu kämpfen ist schon geil. Weil es halt ähm. Er haut schon normale Gegner echt übel weg. Aber. Sowas wie vorher. Das hat mich echt wahnsinnig gelacht. Vor allen Dingen war dann die Lösung doch recht einfach. Ich will nicht mehr aufreisen. Ja. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Haha. Ah das ist so schlecht. Die sterbt alle! 5 Mal! Oh, die sind jetzt Magier. Wie läuft denn der? Hallo? Er geht noch weiter weg. Er verchargt eine unendliche Hütungsschrift gegenüber. Wieso können sie fliegen nicht? Treffen mich nicht mal. Wenn sie da oben fliegen. Gut, bleib da oben. Tito. Eie, war das gut. Okay, nochmal. Yeah! Schönes Zusammenspiel. Zeit nicht, aber kommt vor. Okay, das wird ja nicht so sein. Ne, aber wieder klappen. Ja. Ich bin voll friedlich. Dann lass es zu sein. Ja, nein. Also wie tut mich an? Dieses dumme Zettel, Alter. Nein. Was hat dieses Zettel nicht verliegt? Ich hab noch meine Porte. Das ist schon wieder für eine Huse. Eben. Okay. Ach, ist das fies. Hält der viel aus? Sehr gut. Au. Ich hoffe, du bleibst. Ich hoffe, du bleibst. Ich kann sehen. Die fliegende Plage ist tot. Oh, das nochmal eine. Ich krieg nicht. Vielleicht irgendwann. Du bist viel zu hoch. Ich bin mir nicht sicher, was ich... Wie ich dahin kommen soll. Und ich nehme Schaden. Das ist fies. Ach, das ist echt kacke. Das tut mir in der Seele wegen. Du bist der hier so schlecht. Oh, Mann! Wo ist das wohl? Wohl mann! Was du hier neben mir tust. Mach ich meine Hose halt wieder zu. Dankeschön. Ich bin hier sehr verbunden dafür. Oh man. Eieiei. Gut. Ja, jetzt. Nun. Was mach ich gegen diese fliegende Rappe? Danke. Ach komm echt. Es trifft mich noch dieser hässliche Ball von hinten. Ey das ist ein fürchterlicher Gegner. Vor allen Dingen trifft ich das von hinten. Oh Gott. Ey das ist der schlimmste Gegner im ganzen Spiel. Was soll ich schmeißen? Ich kann nicht schmeißen. Das ist einfach grauenhaft. Ich wette das zieht halt gar nichts ab. Das sehe ich natürlich nicht. Schmeißen nicht mehr runter. Das habe ich mir schon gedacht. Ja jetzt. Ich muss noch genug benutzen. Das ist. Widerlich. Dann lieber wieder nichts. Ja. Checkpoint. Mann das hat weggezogen. Gold. Gott. Ich weiß nicht mehr, er ist. Oh Gott. Das ist alles, ich weiß. Perfekt, ich mache mir diese экономisch. Fui... We must keep Lady Zero safe. I'm pretty sure Lady Zero can watch her own ass just fine. Hell, if anything, she should be protecting us. Don't say such things. We must give all for our intonation. I wish that I keep ending up fighting these stupid battles again. It's all for ladies and gentlemen. The simple trophies were all completely helpless. Thanks to her charms. You've gotta be kidding me. What's that? Ditto. Parade? Okay. So, one gold tour was opened. I feel like... ...that I haven't lost one. Or maybe even the other two. Oh man, I'm gonna see what's going on. Was was das denn? Also... Aaaaahhhh. Oh, that was so. Let's not. Wenn die so'n Scheiß mit mir abziehen, machen die da selbe. Vor allem der Arscher da hinten. ich habe schon wieder ein krampf finde ich das nur was ich sehe juhu sterbt einfach ey ich wollte die doppel oh jetzt naja ich wollte aber feiland sagen oh mein Gott jetzt reicht es aber langsam echt schon wieder diese hässlichen Fliegen und Dreck keine Ahnung super echt also das hat gezogen das machen die schon die ganze Zeit das ist einfach grauenhaft der Kampf gegen diese Drecksviecher ach ey also das reicht's das reicht's das ist einfach das ist einfach ich habe fast nichts zum heilen also ich kann jetzt gleich wieder voll voll dann haaaah Wo habt ihr es? Was ist jetzt so? Ein Schuhjucken! Oh, wir sind wieder im Anfang. Sind wir gar nichts zu Anfang vom Spiel? Ja. Ach komm! Wollte ich grad die Kiste hier oben machen. Oh, neue Art von Selberus. Selberus 2. Was ist das? Es ist ein Schuhjucken. Das ist ein Schuhjucken. Ja, rot. Ich werde dich töten. Und dann werde ich dich töten! Despite all deinen Antisocialen Blustern, Dito, ich sehe, dass du noch nicht gegenwärtig bist. Ich denke, dass ich gerne helfen könnte, so lange ich hier bin. Du siehst, Dito? Die Kraft der genügend Freundschaft conquiert alles. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Wettstehen! Und zwar noch schneller. Schade. Was ausgerichtet. Okay. Ich sehe gerade, dass das normale Gegner sind. Aber... Das Untote? Kann das sein? Ja. 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 Ich weiß nicht, ob das Untote sind oder... Ich. Ich habe mich gerade mit seinem... Schwarzverlust... Ne, jetzt sind die da hinten. Wir schießen die... Das ist ärgerlich sowas. Ich habe keine Ahnung. Naja, das hat mich verlassen. Oh ja... Genau. Ich hab keine Ahnung. Doe Therapien zum Budget. Ja gut. Mein letzter Heilung. Wie du uns? Das war's. Stirb einfach! So. Sehr gut. Hat sogar noch ein klein bisschen Heilung gegeben. Die ist ja wundervoll. Well, this is it. It's what, my lady? I won't be needing you anymore. I can handle the rest by myself. My lady, please. If you're worried about us, we... No. It's unavoidable. Disciples can't remain in human form without an intoners power. Sooner or later you'll disappear. So before that happens... I'm giving you your old forms back. What the fuck? Goodbye. Was zum Teufel? Das waren in Wirklichkeit Tauben? Ja. Sieht so aus. Wollt ihr mich verarschen? Was zum Teufel? Die haben mit Tauben gefügelt. Was ist denn los mit denen? Was ist denn los mit denen? Alter! Jesus. Ich kann immer noch nicht fassen, dass das Spiel nicht ab 18 ist. Jetzt mehr als je zuvor. Was zum Teufel? Ich will mir nicht in den Kopf fallen. Wow. Um es in Owen Wilson's Worten zu fassen. Wow! Wirklich, das ist... Das kann man jetzt unerwartet. Und zwar dermaßen. Okay. Neue Waffen. Neuer Speer. Neues Glück. Der ist... Ja, wow. Der ist jetzt schon fast zu stark. Aber halt ein bisschen kürzer. Der ist heftig. Oh, ich muss erstmal die ganzen Items wieder auffüllen, die ich verloren habe. Was alle sind. Und dann kann ich wahrscheinlich upgraden von irgendeiner Waffe auch wieder knicken. Das macht mich so fürchterlich traurig. Oh Mann. Ne, dürfte noch reichen. Aber das ist einfach nur heftig. Wow. Gut. Wer nimmt, was man kriegt. Kriegen kann. Was aber mal. Also. Auf gegen eins. Nieder mit dir. Aber eins soll die Gold. Nein, der ist hier nicht. Schade. Nee, der arme Sau tue ich das nicht. Mhm. So eine verkorkste Welt muss ich nicht sein. Mhm. Vor allem, ich bin doch schon recht überrascht wie die Stadt was sieht. Aber dann wusste ich nicht. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht, dass die Verkaufung 1 nicht das Ende war. Ich wusste auch nicht die Wahrheit über Zero und mich. Ich wusste auch nicht die Wahrheit über die Disciples. Alter. Alter. Alte Spalte. Hier geht nichts. Aber es läuft gut im Urgang. Naja eigentlich normal. Oder? Egal. warum nehme ich hier wahnsinnig viel schaden was soll der scheiß schon wieder ich hasse euch archer ich morgen in der hölle sollt ihr aber dafür haben wir das ok das ist echt übel ich kann gar nicht mehr so schnell spawnen wie sie jetzt gerade verrieren schadenmachter modder ich krieg 50 und weiter hoch und dann nochmal 50 wahrscheinlich 4 solche Räume hat es 50 ist sehr unbewusst nein dann nehme ich deine Playstation mit und wir sehen uns nächste Woche wenn ich den Charakter auf max gelevelt habe